. Schon gewusst? Mr. Tye hat zwei Töchter im Teenie-Alter. Diese Neuigkeit kommt wirklich überraschend. Auf seinen zahlreichen Sozial-Media-Accounts hält Bastian Uta, 41, seine Fans immer fleißig auf dem Laufenden. Ob es nun um seine aktuelle Freundin, ein neues Autor oder sein soziales Engagement geht – der Protz-Millionär gibt regelmäßig Updates über sein Leben. Nun verriet der einstige Adam sucht – er war Kandidat jedoch ein privates Detail, das viele seine Follower verwundern dürfte – Basti ist Papa von zwei Teenager-Töchtern. Das offenbarte der Muskelmann jetzt in seiner Instagram-Story. Auf die Frage eines Fans, ob er Kinder habe, schrieb der 41-Jährige, ich habe zwei wundervolle Töchter. Eine ist 17 Jahre und eine 15 Jahre alt. Der Ex von Natalia Osada, 27, ist also zweifacher Mädels-Papa. Im Interview mit Promiflas klang das 2017 noch ganz anders, damals sprach Basti von einem Song, um den er sich kümmere. Ist der Wahl-Amerikaner da etwa ein wenig durcheinander gekommen oder will er sein Privatleben einfach von dem Medienrummel fernhalten? Im Gegensatz zu seinen heißen Flirts postete Mr. Ta bisher jedenfalls keine Bilder von seinem Nachwuchs. Hättet ihr gedacht, dass zwei Teenie-Töchter hat? Stimmt unten ab. Dämpferen Dämpferen Bis zum nächsten Mal.